Gute Musik Okay ich bin da. Oh ruckelt das. Krass. wir sind zu vermittelt okay ja ich habe den skiff gesagt dass wir uns folgen immerhin das gebäude rein aber es lustig jetzt blockt er nicht das gebäude wo die gerne auf die straße kann man da play sie mit spiele ja das hat sich wie killer angehört er hat nämlich so komisch geschrien wenn man gleich wenn er hoch kommt sagt hallo wo kann man ja krass wahrscheinlich weil sie von oben durchbrechen kommt man nicht durch wenn hier noch durchbrechen ist dann ist da keine ahnung weil das nur mit der sniper punkt der raum der steht jetzt an der tür bestimmt johannes tschuldigung ich habe noch in der apotheke unten auch hier draußen geht es aber ja gut ihr leckt bei mir durch die gegenseite seid ihr freundlich da draußen ne rechts rum ja naja ich bin noch in der türke dran hier seid ihr ins nächste gebäude rein ne wir laufen ja auf der straße so ein bisschen querfeld ein sind jetzt hier beim pmc exit ja da steht ein roter lkw an der straße da sind wir links rein ich hatte keiner noch rote jacke an oder nicht ja aber hier vorne waren gerade noch mal zwei andere ja weil hier der exit ist ne ja ja also der scaf exit ja das ist bei dem wo du bescheid weißt hier ist der fellereingang ist der scaf exit mhm oh ja ich geh raus nein quatsch nein quatsch was die meisten gebäude ich geh mal hoch ne ich hab eine hdd ich hoffe das war ein skiff ich werds sehen er ist der hall noch und ich geh mal wieder zurück er ist Richtung hinterhof gegangen soll ich wenn ich deinem weg stehe nö ist ok du bist mein alarmsignal wenn da ein spieler kommt nö ist ok du bist mein alarmsignal wenn da ein spieler kommt wer sind soweit nö ist mir hier nie so'n lärm oha nö ey Johannes machst du das ja schon ziemlich unpraktisch da liegt noch einer ach du scheiße bei mir ist eine treppe draußen läuft was bei mir ich musste raus gucken hier in dem gebäude können muss ich nicht umbringen nicht aus dem fenster springen das bin ich ja das legt sowieso grad ex kriegen ihr packt euch so von meter zu meter bei mir wo ist dach wo ist dach hier ist der dachdurchgang ne naja stimmt da kann man nur aufschließen und wehe du gehst sonst entgehen ist ja ein mb ich hab's nicht mehr gesehen aber ok pfui wohl erschossen hab ich schon einmal nicht ganz war ein anderer er hat mich angeschossen aber der andere hat mich erschossen du bist down nein in der letzten runde ja ich hab den kill das kannst du gewesen sein ja echt mal ich dachte die sprechen von jetzt ja es ist alles sehr verwirrend was wir da haben ich rede von montag noch besser okay sorry dafür für die komplette verwirrung wo liegt der eine mhm braucht noch jemand ein headset nimm ruhig mit nimm dir ich bin da raus auf die straße hab ich doch richtig gehört wir sind getötet oder ehrlich ne gar nicht aber der ist bei mir heute vor der tür vorbeigeschnitten ja und jetzt wird er graftet schossen sie mich ich erne grad zwei scavs hinterher die rennen grad dahin wo die geschüsse sind oh gut das ist immer richtig nein warum nicht ich kann es ja probieren wenn ich einen pmc kriege also das interessante ist ich hab halt so wenig fps an manchen stellen aber meine grafikkarte würde einfach nicht wärmer ne keine ahnung was auch nicht so gut ist oh das ist aber eine schöne katze ne also hier bin ich schon durch die dürfte nichts mehr sein außer die regale vielleicht auch nicht außer ein regal die sache außer ein regal die sache außer ein regal die sache ich bin das ich bin das ich geh zum ausgang performance von dem server ist scheiße Blut ist eh schon komplett weg Mini Rucksack dabei Und die Mini Weste Kriegen ja Verwurzten im Müll Bin ich noch in dem anderen Eingang rein, an der Ecke? Wie ist das jetzt? Wenn ich eine Tasche schließen muss, war da ein PMC dran oder ein anderes GIF? Können beides dran gewesen sein Na also ich weiß, wenn wir zusammenlaufen, dann ist das immer zuwendig Nach euch gleich ran gehen Ja Das ist auch bei den Containern, wenn die schon offen sind, dann war jemand anderes dran Aber nicht unbedingt einer von uns Ich suche mal nochmal den letzten GIF Boah, schrei mir nicht so an Ganz normale Ich glaube, hier war schon jemand Alle Fächer leeren Ach, jetzt habe ich die Marker-Quest Winter-Change Winter-Change Wer ist denn da? Wer ist denn da? Bist du da wart, Bist? Come in Also es lohnt sich auch den Müll hier durchzugucken, ne? Naja, da irgendwie liegen überall Items Mhm Flavukelt das Spiel auch deswegen so auf dieser Map Ich habe sogar Toilettenpapier neben der Toilette gefunden Oh, nice Die man aufheben kann diesmal, ja? Ja War das? Irgendwo in dem Gebäude, keine Ahnung wo Ich bin gerade in irgendeinem von Tausenden Zumindest hier ist ein Aufzug Man hat das auf jeden Fall auf dem Punkt da vorne angenommen, ja Ich werde rausgehen, ist das zu dunkel Ich bin auf dem Weg raus Mach das Obwohl, warte mal Hier kann man bestimmt auch noch einen, oder? Nö Bin ich jetzt raus Nein Nein